Und das war's von uns für heute aus dem EUF3 Aktuellstudio. Morgen können Sie ab 9 Uhr hier in EUF3 live die Nationalratssitzung sehen. Die wichtigsten Nachrichten des Tages gibt es heute wie gewohnt ab 19.18 Uhr in Österreich heute. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Nachmittag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017